Was wird denn die Branche wieder anziehen? Tja, also das hoffen wir uns ja von Tag zu Tag. Es kann sich keiner vorstellen, dass die Flaute an sich noch lange andauern kann, denn der Rohstoffbedarf ist ja weltweit gegeben und an sich steht momentan das Verhältnis zwischen Situation in diesem Bereich wirtschaftlich gesehen und dem Bedarf an Rohstoffen eigentlich in keinem Verhältnis zueinander. Es ist eigentlich analytisch nicht richtig zu erklären. Insofern kann es eigentlich, und das hoffen wir, möglichst bald wieder anziehen, aber wer will dafür schon seine Hand ins Feuer legen? Also die Glaskugel ist da noch etwas undurchtringlich. Sie brauchen starke Nerven sozusagen. Ja gut, aber dazu noch ein Stück weit, naja, Gelassenheit hilft weiter.